Hallo Klickenabendler, wir spielen eine der 2018 Neuheiten und zwar in unserem Fall hier Krieg der Knöpfe, War of the Buttons oder in Französisch ausgesprochen Das kann die Bernhard viel besser als ich, als Englisch- und Französischlehrerin Ist eine sehr bekannte Geschichte von 1920 oder sowas, ich weiß gar nicht mehr, 1912, also relativ alt Ist ein bekanntes Buch, kennt man in Frankreich sehr, sehr, sehr gut In Deutschland kennt man das eher nicht so, obwohl es das Buch auch gibt Es gibt einen sehr bekannten Schwarz-Weiß-Film, den haben Bernhard und ich geguckt Es gibt auch einen farbigen Film, den Schwarz-Weiß-Film können wir auf jeden Fall wärmstens empfehlen Wenn man zum Beispiel die Serie, wie hießen die, die kleinen Strolche, glaube ich hieß das Alfalfa Genau, wenn man die mag, dann würde man auch den Schwarz-Weiß-Film sehr gut finden Also wir wurden immer noch aus heutiger Sicht sehr gut unterhalten mit dem Film Es ist halt eine typische Schwarz-Weiß-Komödie Naja, doch Ja, schon komödie Und zwei Dörfer, die sich streiten Die Bernhard ist in diesem Fall das eine Dorf, ich bin das andere Dorf Man kann es mit zwei bis vier Personen spielen, wir spielen es jetzt zu zweit Zu zweit gibt es eine Kleinigkeit, die anders da ist Und zwar, dieses Feld hier wird komplett ignoriert Das ist auch so ziemlich das Einzige, weil ich nachher noch mal erwähnen werde, was mir nicht gefällt Man hätte es auch auf die Rückseite nochmal einen Zweierplan machen können Oder sonst ein Tableau, was man drüberlegt Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können Aber das ist eins der wenigen kleinen Y-Tüppelchen Ansonsten kommen wir nachher ja zu unserem Fazit Wie funktioniert es? Relativ simpel Man kriegt Würfel, man würfelt die Drei der Würfel sind erstmal geblockt Die lege ich mal hier hin Alle anderen Würfel würfelt man Ich hatte schon gewürfelt Du hast schon Sortiert die am besten nach Wert Damit der Gegner und man selbst sieht, was man hat Und dann geht es relativ simpel Der Startspieler würfelt auch nochmal vier Würfel mit, wenn man zu zweit spielt Und jetzt spielt man einfach abhängig immer eine Aktion Eine Aktion heißt eigentlich immer, dass ich ein oder mehrere Würfel einsetze Ich kann auch passen Wenn ich passe, bin ich aber aus der Runde ausgeschieden Gut, dann haben wir hier die Felder, die da sind Das Dorf gibt es, da kann man einfach immer Würfel drauflegen Da können auch beliebig viele sein Die spielen aber nicht auf den Schauplätzen mit und sind nicht in der Schule Dafür kriegt man immerhin Knöpfe Und Knöpfe braucht man für dieses Spiel Dann haben wir hier einen Ort, der ignoriert wird zu zweit Aber der funktioniert genauso wie die anderen Orte auch Hier kann ich nämlich Würfel einsetzen Der Erste, der einsetzt, kriegt das, was auf der ersten Leiste ist In diesem Fall vier Knöpfe Dann kann er auch überboten werden Der Nächste kriegt aber nur noch drei Knöpfe 2, 1, 0 Und hier ist es 2, 4, 2, 1, 0 Und wenn einem das alles noch nicht langt von der Varianz Gibt es in der Spielschachtel noch Leisten, die man hier drüberlegen kann Dann wird jede Partie anders Haben wir jetzt aktuell noch nicht gebraucht Aber kann man machen Genau, wie kann man einen überbieten? Das seht ihr gleich noch Indem man die gleiche Zahl und mehr Würfel oder eine höhere Zahl legt Und dann haben wir hier die Schule Da kann man Einzelwürfel einsetzen Die Felder machen das, was da steht Ich werde Startspieler Die Wahrheit ist aktuell Startspieler, sonst wechselt der nicht Ich verpetze die Mitspieler Wer dann die Mehrheit hat dieser Würfelzahl Muss einen Würfel wieder in das Haus hier legen Der sitzt nach, das ist eher nicht so gut Ich kann für acht Knöpfe jemanden hier rausholen Das ist gut, dann kriege ich nämlich einen Bauplatz und einen Würfel mehr Ich kann hier einen Test anfordern beim Lehrer Und wer die Mehrheit der Würfel eingesetzt hat Hier bei den Karten Und hier, das Dorf zählt nie dabei mit Und auch die Mühle hier zählt nie mit Der kriegt dieses Blättchen Ich kann für zwei Knöpfe mir den großen Bruder holen Zur Verstärkung beim Kloppen Oder hier beim Karten holen Ich kann mir für fünf Münzen und dann mehr Für fünf Knöpfe und noch mehr Knöpfe Je nachdem wie viel ich schon gebaut habe Eine Baustufe holen für mein Bauhaus Oder ich kann mir für dasselbe einen Siegpunkt holen Beziehungsweise wenn ich schon Siegpunkt habe, werden die immer teurer Und dann gibt es noch Spezialkarten Ja, und das waren eigentlich schon alles, was ihr wissen müsst Den Rest seht ihr jetzt einfach mehr Wir spielen Und die Band muss anfangen Als Karten haben wir da ausliegen Wenn man einen Würfel hier dort einsetzt Dann kriegt man dafür zwei Knöpfe Oder aus jeder Zwei kann man benötigt machen Okay, die beiden setzt eine Fünf ein Dafür kriegt sie vier Knöpfe Wenn ich sie nicht überbiete bis zum Ende der Runde Dann kriegt sie dieses Blättchen hier Das heißt, sie darf eine Baustufe machen in dem Bauhaus Und kriegt fünf Knöpfe Man gewinnt unter anderem, wenn man fünf Ne, wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wenn man alle sechs Baustufen gemacht hat Dann gewinnt man das Spiel Oder wenn man sechs Siegpunkte bekommen hat Bei Gleichstand gibt es noch einen Typebreaker Das heißt, wenn ich die Bernhard jetzt darüber bieten will Muss ich gleich zwei Fünfen zahlen Das ist relativ teuer Weil ich zwei Würfel verliere Oder einen einzelnen Würfel mit einer höheren Zahl Mit einer Sechs Das ist auch nicht so billig Hat sie also eigentlich ganz gut gemacht Und kann das so zweit sehr taktisch spielen Ich sehe, sie hat Dreier und Vierer Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel hier einfach hingehen Und setze hier eine Vier Kriege ich zwar nur zwei Knöpfe Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei mich aktuell überbieten kann Ist relativ gering Sie kann es aber trotzdem Denn es gibt noch Zusatzaktionen Sie ist jetzt dran Sie könnte nämlich drei Knöpfe ausgeben Und nimmt sich einfach den Vierer weißen Würfel hierher Als Zusatzaktion Hat sie zwei Vierer Das wäre eine Möglichkeit Sie könnte ihre Vier auf eine Fünf drehen Das kostet sie einen Knopf Das wäre eine zweite Möglichkeit Die auch günstiger wäre Oder was war noch die letzte Zusatzaktion Man kann einen Nachsitzer befreien hier raus Und muss eine Karte dafür abgeben Dafür muss man aber erst mal eine besitzen Genau Wo ist der dritte Drüffel? Ah, es sind nur zwei Richtig Die Karten haben wir noch nicht erklärt Die Karten geben vor, wie viel man braucht In diesem Fall zwei gleiche Die Beihand hat Dreier eingesetzt Und dann muss sie auch drei Knöpfe bezahlen Dann kriegt sie die Karte Und ab jetzt immer Wenn sie je Würfel einsetzt Kriegt sie zwei Knöpfe Genau, das heißt Mit Fünfern so eine Karte zu holen Ist relativ teuer Ich hole mir mal für drei Knöpfe eine Zwei Setzt die aber diese Runde noch nicht ein Ich muss mich irgendwo anders einsetzen Ich könnte mich auch selbst überbieten Das wäre erlaubt Und die Frage ist, ob das clever ist Ich möchte mal auch Ne, möchte ich nicht Ich möchte mal Ich setze mal die fünf beim Test ein Hier unten darf man keine Brüder und weißen Würfel einsetzen Weißen Würfel haben wir euch schon erklärt Brüder sind so Blättchen hier Die sind einfach Joker Das heißt, die können jede Zahl sein Allerdings hauen die danach immer sofort wieder ab Wenn ich den hier also einsetzen würde Könnte ich sozusagen mit einer Vier und einem Bruder Den überbieten Danach ist der Bruder aber weg Und der nächste kann sich wieder leichter überbieten Dafür sind Brüder da Und wer petzt Auch ganz wichtig Der darf sich nicht mehr hier bei den Spielen beteiligen Weil, kennt man schon aus der Schule Petzen sind Spielverderber Petzen ist zwar schön Weil der andere dann Der, der am meisten von der Zahl hat Dann einen Würfel verliert Das wäre in diesem Fall ich Nachher, seht ihr dann Aber dafür darf sie dann hier nicht mehr mitspielen Sie darf also hier keine mehr einsetzen Das ist dann safe für mich Gut zu wissen Das heißt, die Banner ist da raus Dann würde ich jetzt tatsächlich sie überbieten Weil sie kann mich nicht mehr überbieten Hätte ich auch vorher nicht bekommen Ja, vielleicht für irgendeine Möglichkeit Wollte ich jetzt mir nicht ausrechnen Kriege ich drei Knöpfe für Alle, die immer verboten werden Landen hier auf der Mühle Die zählen einfach nicht mehr mit Dann ist wieder die Banner dran Sie kann aber noch Karten kaufen Und sie kann noch an der Schule einsetzen Sie gibt zwei aus Und holt sich zwei große Brüder Und damit ist die Banner eigentlich aus dem Spiel Weil sie hat jetzt keine Würfel mehr Und man darf nicht die weißen Würfel nehmen Wenn man sonst keine hat Ich verwandle meinen Einser in einen Zweier Das kostet mich einen Knopf Dann setze ich die Boah, das ist aber richtig teuer Nee, das mache ich nicht Das ist dämlich Nein, das mache ich nicht Ich setze vielleicht Tja, was mache ich denn mit dem jetzt noch Ich setze den zweiten Hm Ich werde mal Start spielen Das schadet ja nicht Ähm, acht Münzen habe ich nicht Fünf Münzen hätte ich vielleicht Der da ist Ist der mir Ah, siehst du Ich muss mich selbst überbieten Damit mir der hier safe ist Weil diese fünf zählt da Selbst Doch, die zählt selbst auch mit Nur bei der Petze zählt sie nicht mit Der ist mir schon safe Okay, aber ich kann mich trotzdem Ja selbst überbieten Das schadet ja nicht Ähm, und damit Haha, ist das sogar taktisch clever Ich überbiete mich selbst Ähm, ich kriege vier Knöpfe Wenn man hier zu viele Knöpfe hat Kann man die auch gegen den Fünferknopf eintauschen Das ist ein bisschen übersichtlicher Ähm, damit hat die Banner wahrscheinlich nicht gerechnet Und den Zweier setze ich unten ein Kriege ich immerhin noch einen Knopf So Was würde man jetzt machen Jetzt ist die Runde vorbei Jetzt kämen zuerst die Petze Die Petze selbst zählt nicht mit Und jetzt zählt man Wer am meisten Vierer eingesetzt hat Außer hier und hier Das war bis vor kurzem noch ich Und dann hätte ich als Strafe Einen meiner Würfel nachsitzen lassen müssen Das Fiese ist Ich habe dann einen Würfel weniger Und da wo der Würfel liegt Darf ich auch kein Holz hinlegen Aber da ich mich selbst überboten habe Habe ich die Vierer ausgekriegt Und damit verpetzt sie gar keinen Es gibt keinen Vierer Und dann wertet man einfach die Orte wie man möchte ab Das ist unwichtig In welcher Reihenfolge Wenn es da Konstellationen gibt Kann man auch die Bonusmarker vor sich legen Aber zu zweit brauchen wir das nicht Hier sehen wir die 5 Im Test Ich kriege Wer die meisten Fünfe auf dem Brett hat Das bin ich Kriegt ein Holz und 4 Das heißt ich nehme mir mal 4 Knöpfe Und ich darf mein Holzhaus schon mal anfangen zu bauen Und das setze ich Das ist eigentlich egal wo man baut Aber ich setze mal auf das Feld Wo theoretisch ein Würfel wieder hinkommen kann Weil das stimmt Wenn da einer hinkommt Kommt das Holz nicht weg Aber ich habe dann den Platz schon mal bebaut Überall wo Würfel sind Darf ich ja sonst kein Holz hinlegen Dann habe ich noch 2 frei So dann haben wir den abgehakt Dann kriege ich da nochmal ein Holz und 5 Knöpfe Das war keine gute Runde für die Meiererlebt glaube ich Sie sagt nichts dazu Aber das sieht nicht so gut aus Und da kriege ich immerhin einen Würfel wieder Der kommt hier hin Das ist noch nicht gesagt Das ist so schlecht Das werden wir sehen Und dann ist die ganze Runde fertig Jetzt ist es ein bisschen anders Bei anderen Spielen Jeder kriegt seine Würfel Das ist klar Der Startspieler kriegt sich die weißen Würfel Diese Marker hier Das ist jetzt ein bisschen anders Als bei anderen Spielen Werden mit allen anderen Markern gemischt Das heißt es kann sein Dass wieder dieselben Marker In die Runde reinkommen Die Karten wiederum Kommen offen weg Und es kommen zwei neue hin Spielen wir länger Werden die wieder eingemischt Aber das braucht man Also in unseren Partien haben wir das bisher nicht gebraucht Dann machen wir drei neue hin Und ich bin jetzt Startspieler Dann wird wieder gedürfelt Die kommen wieder da oben hin Und dann geht es los Und ich darf diesmal anfangen Was gut ist Ich habe nämlich Geld ohne Ende Das ist ein bisschen ätzend Und da ich so viel Geld habe Kann ich auch an meinem Haus weiterbauen Im Moment kann man nur hier Haus bauen Da Haus bauen Oder den üblichen Schritt hier Oder ich gehe auf Siegpunkte Ich habe aber null Siegpunkte bisher Deswegen ist der Hausbauschritt Für mich erstmal attraktiver Für die Berner genauso Und da sie keine drei hat Kann ich mir die drei aufheben Das heißt Ich würde mir einfach mal eine zwei klauen Und würde mit der zwei hier Einmal bauen gehen Wobei ich muss eigentlich noch nicht Du hast noch eh noch nicht genug Knöpfe Ach ich hätte noch zwei Einkommen gekriegt Richtig Das haben wir auch noch nicht erwähnt Für jede Karte kriegt man zwei Einkommen Du hast aber noch nicht genug Geld Um dir das hier zu leisten Das heißt Du brauchst erstmal die Knöpfe Du kannst mir eigentlich noch gar nicht gefährlich werden Für den Platz Also muss ich noch nicht belegen Aktuell nicht Das heißt ich nehme einfach eine zwei Und nehme mir vier Knöpfe Weil Knöpfe sind wichtig Haben wir gelernt Das sind hier übrigens sehr cool dargestellte Sagen wir nachher gerade noch mal ein Fazit Lasergecutterte Knöpfe Mit eigenem Design von Blackfire Und die sehen ziemlich schick aus Also ich mag die Ich weiß nicht ob das jetzt so Knöpfe wären Die man in seine Klamotten damals gemacht hätte Aber hat was Also hat er auf jeden Fall deutlich mehr als Padmarker Und ich denke Wenn man es unbedingt privat aufmotzen will Könnte man hier echte Knöpfe hinlegen Wäre machbar Okay Warte, den brauche ich Jetzt hat die Band genug Würfel Und da ich führe Muss ich jetzt eigentlich die Position hier belegen Das mache ich 5 plus x Ich habe schon zwei Das heißt 5 plus 2 muss ich zahlen Und darf ein drittes Holz platzieren Das platziere ich natürlich da Wo ich den Würfel weggenommen habe Damit ich immer noch einen Bauplatz frei habe Ohne Würfel Damit kauft sich noch eine Karte Mit zwei Brüdern Kostet sie zwei Knöpfe Und dafür darf sie sofort Es gibt auch Karten die sofort ausgeführt werden Ein Holz verbauen und die Karte kommt vor sie Das heißt sie hat wieder zwei Und haben mehr gewonnen Okay Das heißt ich würde vielleicht mal versuchen Ein Platz frei zu räumen Das mache ich hier mit einer 3 Bezahle ich acht Münzen Das ist relativ teuer Dafür darf ich einen Würfel hier rausnehmen Nehme ich die drei Und dann habe ich einen Platz gewonnen Wo ich bauen kann Theoretisch Du machst einen 2er Test Der geht aktuell voll und ganz am Tisch Da müsste ich zwei 2er zurecht drehen Damit ich das wieder ausgleichen kann Das möchte ich glaube ich nicht Ich nehme zwei Knöpfe Was mache ich mit der 1 Ich kriege es noch Doch ein Knopf Ja Leuchtig Du kriegst Dann meine ich ja Ein Dings Ein Knopf Ich überbiete hier die Bernhard Ich kriege zwei Knöpfe Und jetzt mache ich was ganz Fieses Ich verpetze die vier Jetzt könnte ich entweder passen Damit ich meine vier nicht einsetze Wieso ist das fies? Weil Ich keine vier Weil ich dich gerade rausgedrängt habe Ist das dämlich Ich dachte eben Das wäre clever Vier und hier vier Weil dann hätte meine vier nicht gezählt Aber du hast ja gar keine vier mehr im Feld Ja ist richtig Dann ist das egal Ja komm Dann könnte ich mir natürlich einfach mal hier Verzweiknöpfe Dass du so viel Geld hast Zwei Knöpfe Ja die eine Runde war ziemlich böse für dich Das war nicht gut Und hier wurde ich mir noch ein Knopf Gut Dann kämen zuerst wieder die Petze Haben wir nicht Und dann kommen die ganzen Goodies Die Bernhard kriegt auf jeden Fall ein Holzstück Und fünf Knöpfe Weil sie die Prüfung besteht mit zwei Zweien Und ich habe halt nichts Ich kriege hier zwei Brüder Das heißt Brüder habe ich erst mal an Mass Ohne Probleme hier Ich hätte aber vorhin auch Ich habe schon wieder geschlafen Was denn? Ich habe hierfür ja noch Geld gekriegt Dann nimm dir das noch nachträglich die Zweifel Ist ja hier kein Turnierspiel Ich darf Holz einsetzen und einen Siegpunkt kriegen Das heißt ich bin jetzt gerade noch zwei Holz davon entfernt zu gewinnen Genau Dann werden die wieder hier eingesammelt Die Bernhard mischt die wieder neu Und hier kommen neue Dinge hin Und ich bleibe ja Startspieler Die Bernhard kriegt vier Einkommen mehr Dass ihr das Jahr nicht wieder vergisst Ich kriege das Einkommen nicht Und ich habe tatsächlich dieses Mal Spiele ich null auf Karten Das kann man auch machen Geht sogar im Moment ganz gut Aber Karten können einen ganz schön boosten Die Bernhard kriegt ja eigentlich immer Wenn sie bei Stein einsetzt Habe ich jetzt gewürfelt gehabt? Nee ich glaube noch nicht Ich kenne immer hier eigentlich Wenn sie hier einsetzt zwei Knöpfe Hast du bisher halt noch nicht wirklich gemacht Hast du dir für die Vierer damals zwei Knöpfe genommen? Das habe ich doch gerade gesagt Ja okay Habe ich vergessen Ach die hast du vergessen Gut Ich bin und bleibe Startspieler Ich habe immer noch Geld Die Bernhard hat Geld Das möchte ich natürlich nicht riskieren Das ist mir die wichtigste Position krallt Wie viel kostet mir das? Eins, zwei, drei, vier Das kostet mich neun Mache ich Fünf, sechs, sieben, acht, neun Damit bin ich aber auch erstmal bleite Bin aber nur noch eins vom Gewinnen entfernt Achso ich dachte du machst eigentlich Das war eigentlich dämlich von dir Ich dachte du machst das da Weil das wäre viel wichtiger gewesen Das stimmt Das wäre wichtiger Fünf, sechs, sieben, acht Das war sogar ziemlich dämlich von dir Ja war es Naja auch der Andi darf ja Fehler machen Ja stimmt Weil ich hätte hier mehrere Möglichkeiten gehabt Ich hätte mehrere Möglichkeiten gehabt Das zu bebauen Ich habe aber keine Möglichkeit Doch ich habe noch eine Tatsache Ich habe noch eine Möglichkeit Die ich für mich habe Ja okay Die Bernhard hat gerade Fünfe ohne Ende Die darf sie mir jetzt nicht lassen Ums Verrecken nicht lassen Ne Kriegst du auch nicht Meinst du Wir werden mal sehen Ja Du bist dran übrig Ja dann nehme ich erstmal hier die zwei Knöpfe Genau und die Aktion geht es nämlich Die darf sie mir nicht lassen Wenn ich die krieg Habe ich gewonnen Mach mal Ich nehme erstmal hier vier Knöpfe Und nehme sechs Knöpfe Ich nehme drei Knöpfe Ich glaube ich habe Es bringt mir nichts Dass ich so viele Brüder habe Aber ich glaube Weil ich Startspieler bin Das ist jetzt gerade schlecht Wenn einer immer nach mir ist natürlich Kann sie das beliebig rauszögern Ich zahl mal drei Achso der kommt nicht weg Und nehme mal so einen hier Dann musst du trotzdem noch einen Zug machen Ja dann setze ich auch nochmal einen Da darfst du nicht einsetzen Ach stimmt Stimmt Na warte mal Dann nehme ich auch vielleicht So einfach ist es nicht Dann nehme ich auch vielleicht mal die eine sechs Ich habe drei gezahlt Kriegt zwei zurück Das ist erlaubt Sie kriegt halt nur nicht die Boni nachher ab Aber es ist voll und ganz legitim Tja Ist jetzt doof Wenn ich dich da rauskicke Habe ich nicht mehr genug Um da gleich zu ziehen Ach das ist schon bitter Komm ich schlage mich trotzdem selbst raus Und nehme die vier Münzen Weil immerhin kriege ich dadurch Knöpfe Du hast jetzt noch vier, fünf Es ist dann in der Hinsicht sehr taktisch Was sie macht Das ist legitim Auch wenn es sich nicht lohnt Doch Lohnt sich schon Weil wenn ich jetzt einsetze Du willst es als passend benutzen Im Prinzip Aber es lohnt sich monetär nicht Drei auszugeben Aber sie will später dran sein Also was ich verstehen kann Das ist jetzt ziemlich beschissen Ich hole mich schon mal die Karte hier oben Zwei Damit ich auch mal eine Karte habe Wer weiß Wahrscheinlich gibt es ja noch eine nächste Runde Das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr verhindern Wie viel Geld hast du? Drei Neun Geld habe ich Ich weiß nicht was sie gerade ausrichtet Aber okay Oh scheiße Das langt noch Boah das ist ja ätzend Dann muss ich das nochmal machen Ätzend Ich verstehe auch nicht Aber ich verstehe sie nicht Aber gut Sie wird schon ihren Grund haben Ich sage sie gleich warum Weil du rein theoretisch noch gleich ziehen kannst Warte mal Ist jetzt eh egal Dein Zug ist jetzt Ich glaube du rechnest komplett verkehrt Weil ich habe nur maximal drei Fünfer und du hast vier Also ich Nein du hättest vier raus machen können Das habe ich gerade gerechnet Achso Wenn ich den da Ich glaube das habe ich jetzt einfach mal sein lassen Weil ich kann auch einfach nächste Runde gewinnen Ist nicht so schlimm Ich sollte aber Startspieler bleiben Ich mache jetzt natürlich hier den da Das hatte ich sogar gehofft dass ihr das macht Dann gehe ich jetzt mit der 5 auf die Petze Dann seht ihr auch mal was die Petze macht Genau Dann haben wir die Runde vorbei Und dann wird die Petze zuerst ausgewählt Wer hat am meisten Fünfer eingesetzt Ich glaube das ist ziemlich eindeutig Und die Banner muss als Strafe Ich habe sie jetzt verpetzt Eine 5 wieder bei sich einlagern Oder irgendein Würfel Ist egal Das schadet ihr jetzt nicht massig Ich darf halt wenn ich hier drauf setze Mich nicht mehr bei den Spielen beteiligen Also hier oben bei den Schauplätzen Aber das war mein letzter Würfel Deswegen war das irrelevant Und dann gibt es die Goodies Hier hat keiner drauf gesetzt Das heißt den gibt es nicht Hier ist ein weißer Würfel Den kriegt keiner Und das Goodie kriegt die Wahrheit Das heißt einen freisetzen und ein Holz einbauen Genau So Dann gehen wir hier runter Ich bin Startspieler geblieben Das heißt die wichtigste Funktion habe ich Ich habe 4 Einkommen noch Ich kriege 2 Einkommen Aber am Ende der Runde Sollte es eigentlich dann vorbei sein Wenn ich mich jetzt nicht total verspiele Aber der eine Fehler passiert mir nicht nochmal Das heißt ich gehe natürlich jetzt sofort Was wir haben noch gar nicht hier neue Ja gut das ist aber indirekt egal Ich mache trotzdem den Freiheit sofort Nach Münzen Hast du neue Karten hin? Ja Achso und die durfte ich Warte mal die darf ich beliebig drehen Ich darf die 3er beliebig drehen Ich drehe die 3er mal auf die 5 Das ist ja meine Spezialeigenschaft Ich kaufe mir den Würfel hier raus Und dann ist die Bernadette dran Das war eigentlich dämlich Ich dreh die 3er nicht Das war total dämlich Ich lass die 3er wie du bist Ich brauche die 5er nicht Dann bist du Ich brauche noch 2 Züge wahrscheinlich Aber die Runde wird so Dass man zu Ende gespielt ist Deswegen ist es eigentlich Ich kaufe mal Und dann machst du noch deinen Zug Jetzt Die Ayana guckt dir an die Decke Statt auf das Brett Guck mal hier ist Farbe Hier ist Farbe Und die Decke ist so viel spannender Der arme Harald Lieske Hat sich so viel Mühe gegeben Du setzt da ein Gib mir noch mal einen Satz bitte Ja, mache ich Ich überbiete dich da sowieso gleich Ja, aber den kriege ich jetzt halt Und ich kriege noch mal 2 für meine Karte Ja, weil immer wenn du da einsetzt kriegst du 2 So, ich krieg 3 Und du bist wieder dran Für 3 Kaufe ich noch mal den So, ich kriege noch mal den Das ist blöd Das hätte ich nämlich auch gemacht Damit hätte ich gewonnen 1, 2, 3 Genau, aber sie darf jetzt sofort Umdrehen und sofort Ein Holz einbauen Das wäre mein fehlendes Holz gewesen Das hat sie jetzt doch noch gesehen Das wäre nämlich mein Sieg Eigentlich gewesen Aber gut, dann setze ich erst mal hier eine 1 ein Um 2 Zinger zu kriegen Ich gebe mal 3 aus Für mir die 6 Das wäre meine Lieber Also geht das 0, 5 Jämfes 2 0, 6 0, 5 0, 5 0, 6 0, 5 0, 6 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 6 0, 7 0, 5 0, 9 0, 5 0, r Ich wandle den für einzelne 3 um, das darf auch als Zusatzaktion. Zack. Die Berner versucht auch noch diese Runde zu gewinnen. Du kriegst 4, 2, weil du eingesetzt hast, und 2, weil es da steht. Du hast aber nichts mehr frei. Dann bin nur noch ich am Zug. Ich kann noch den Weißen holen. Nee, kannst du nicht mehr. Ach stimmt, ich habe keine Wiffe mehr. Ich hätte vielleicht noch etwas anderes gemacht, aber dann überbiete ich die mit meinem Zug. Kannst du nicht? Ach doch. Hast du nicht gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. 1 und damit ist es auch frei. So, dann kriege ich die Goodies. Verpetzt wird keiner. Ich kriege hier ein Holz und 5 Punkte. Habe ich gemacht. Dann kann ich hier nochmal einen befreien. Kann ich nicht. Und 3. Genau. Und dann habe ich mein Haus fertig. Das heißt, ich habe das Spiel gewonnen. Hätte die Band das jetzt auch geschafft, dann würden Siegpunkte gezählt. Und zwar jeder Hausschritt zählt einen Siegpunkt. Jeder Siegpunkt zählt einen Siegpunkt. Je 5 Münzen zählt einen Siegpunkt. Jede Karte zählt einen Siegpunkt. Und das wäre dann der Tiebreaker. Wie ihr seht, relativ schnell gespielt. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt hier lief. Ich hätte jetzt mal getippt. Mehr als 20 Minuten haben wir nicht gespielt, oder? Doch, da steht es 28 Minuten oder was? Ich konnte es gerade nicht. Ich drehe es mal hier noch. Ah, steht da. Dann siehst du es nicht mehr, wenn das so ist. Ach so, ja. Na gut. Aber wir haben auf jeden Fall nicht lange gespielt. 20 bis 30 Minuten zu zweit ist realistisch. Und dann ist die Partie zu Ende. Zu zweit ist es natürlich extrem taktisch. Weil man ja genau sieht, welche Würfel der andere hat. Das kann natürlich seine Längen haben, wenn der Gegner relativ oft guckt. Wobei ich finde, das merkt man erst in den letzten zwei Runden. Weil davor spielt man jetzt ein bisschen taktisch. Aber klar, jetzt in den letzten Runden versucht ihr die Bernd unbedingt zu verhindern, dass ich gewinne. Oder ich versuche, dass sie mich gewinnt. Und da muss man genau auf seine Schritte achten. Das Material finde ich top. Also hier die Holzmarker, die finde ich echt sehr, sehr schön. Haben wir glaube ich in Spielen noch nicht gehabt. Lasercut, oder? Doch, als Kalimala war ja diese... Genau, was auch von Blackfire ist. Die man dazukaufen konnte allerdings. Genau. Hintergrundwissen, warum bietet das Blackfire an? Weil die eigene Maschinen dafür haben, die das herstellen können. Deswegen haben die auch hier diese ganzen Holzinlays für Spiele. Und dann lässt sich sowas natürlich als Goodie für Spiele wunderbar machen. Und ist im Preissegment drin. Es gibt dann noch, was wir erwähnt haben. Hier diese... Ich hole die gerade mal. Die variablen Marker. Die haben wir hier. Die man hier einfach drüber machen kann. Und dann ist jede Partie halt anders. Es gibt natürlich noch zwei Spielerfarben, die es noch gibt mit den passenden Würfeln. Und es gibt eine Spielkarte, die nicht drin ist, wenn man zu zweit spielt, weil dieser Ort nicht mitspielt. Und da gibt es eine Karte, die einem Knöpfe gibt, wenn man hier einsetzt. Grafik gesehen finde ich es wieder typisch Harald-Lieske. Schön. Mir gefällt Harald-Lieske-Grafik. Aber ich habe zwei, drei kleine spieltechnische Beschwerden. Aber das sind i-Tüpfelchen-Beschwerden. Beschwerde eins ist, es gibt einen Ort, der zu zweit nicht gespielt werden kann. Ja, auch zu dritt nicht. Auch nicht zu dritt, genau. Der ist nur für vier Personen. Ganz im Ernst, dann hätte man auch irgendwas machen können, damit der anders aussieht. Also da hätte man entweder hier so eine Art Tableau drauflegen können oder die Rückseite noch bedrucken können. Ja, das verursacht minimal, glaube ich, Mehrkosten, aber nicht massig. Finde ich ein bisschen schade, dass das nicht gemacht worden ist. Und es gibt ein paar Handling-Sachen. Wir haben ja hier diese Zusatzaktion. Würfel nehmen, dass das drei Knöpfe kostet. Ja, wahrscheinlich wollte man diesen Bilderbuch-Charakter nicht unterbrechen. Aber ich habe ja hier auch Knöpfe dargestellt. Man hätte auch mal hier drei Knöpfe darstellen können, dass man weiß, dass jeder Würfel drei Knöpfe kostet. Ja, man kann es sich auch merken. Aber es schadet nicht, wenn es dargestellt ist. Genauso wie auf den Karten. Also die Karten haben noch genug Platz, um hier auf der Rückseite hervorheben zu können, dass man als Einkommen zwei Knöpfe kriegt. Oder auch hier unten auf der Vorderseite irgendwie. Das ist grafisch nicht hinterlegt. Muss man sich merken. Steht auf der Übersicht. Merkt man sich normalerweise auch. Aber eigentlich hätte man das nachmachen können. Also hätte man das grafisch hervorheben können. Das wären so die einzigsten Mankos, die ich dem Spiel anlaste. Das sind Kleinigkeiten. Vielleicht in der nächsten Auflage hätte man das machen können. Ein kleines Manko wäre vielleicht noch, also ich hätte es total super gefunden. Wahrscheinlich hätte es sämtliche Kosten gesprengt, wenn man die Originalgeschichte beigelegt hätte. Ich hätte es toll gefunden, auch wenn das Spiel dann fünf Euro vielleicht teurer geworden wäre. Ich weiß nicht, ob es da eine Reklamausgabe gibt. Ich habe mal bei Amazon recherchiert. Es gibt auf jeden Fall eine Roman, eine bruschierte Ausgabe, die aktuell bei Amazon 4,95 Euro kostet. Vielleicht hätte man mal mit dem Buchverlag Kontakt aufnehmen können und hätte überlegen können, ob man das nicht platziert. Ich denke aber, ich weiß nicht, vielleicht war es zeitlich nicht machbar, das mit dem Buchverlag zu klären. Man will es ja auch international platzieren. Das ist natürlich auch schwierig, weil dann hätten sie natürlich eine deutsche Ausgabe bei den Deutschen verkauft, eine französische und eine englische bei den anderen. Das könnte ein kritischer Punkt sein, aber ich denke, das Spiel hat eine schöne Chance, wenn man es in den Buchladen setzt. Ja, das Problem ist halt, glaube ich, dass in Deutschland das Buch einfach keine Schweine kennt. Es kennt halt keiner, ja. Wenige, wenn überhaupt, den Film. Und ich glaube, dass so ein Buch im Buchhandel tatsächlich auch nicht oft geht. Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich werde es mir wahrscheinlich zulegen und packe es in die Schachtel, weil ganz im Ernst für vier Euro als Goodie dazu sehe ich überhaupt keinen Schmerz. Und das werden wir dann lesen, weil ich habe es nicht gelesen, die Berner auch nicht, glaube ich. Wir kennen beide nur den Film, den ich echt süß finde. Und das Buch passt garantiert super in die Schachtel noch rein. Ja, das war unsere Rezension. Ich finde es gut. Ich kann es wärmstens empfehlen. Grafisch. Ansonsten nichts zu meckern, bis auf die zwei Sachen. Sagst du sonst noch irgendwas, was dich stört? Nee, hat mir auch gut gefallen. Gestört hat mich eigentlich nichts. Hat mir auch gut gefallen. Ist schnell gespielt. Ist eigentlich so, ich würde mal sagen, so im Kenner-Niveau. Also ist relativ... Ja, ich würde sagen, passt zu Andreas Steding. Also das ist ja der Autor, der hat ja gemacht bei Agentum das... Hansa Teutonica. Hansa Teutonica. Und die Staufer bei Hansen Glück. Bei Quint hat er, glaube ich, mal vor Urzeiten Nürnberg gemacht. Das hat mir tatsächlich nicht so gefallen. Aber die Staufer und gerade Hansa Teutonica finde ich super. Und ja, wäre so Anthrazit-Pöppel-komplexe Liga. Denke ich auch. Und von daher finde ich das tatsächlich ein schönes Spiel. Ich finde, es spielt sich locker flockig. Gut, wir haben es jetzt nur zu zweit... Also ich habe es nur zu zweit gespielt. Aber ich könnte mir vorstellen, auch zu viert, dass das nicht so eine riesige Downtime entwickelt, weil es eigentlich relativ schnell immer gemacht ist. Außer man spielt es mit Denkern. Das stimmt. Das ist aber bei allen Spielen schlecht. Das ist richtig. Ja, gut. Das war das Spiel. Wie ihr seht, wir beide finden es schön. Macht uns Spaß. Können wir es uns empfehlen. Und hat schönes Spielmaterial. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Musik